jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash allo zentos der ist auch dabei hallo weißt du ich werd immer geschlagen guck mal, guck mal aufm rücken ne optifine optifine aufm rücken? optifine optifine oder siehst du den nicht? ne optifine umhang ich hab den rucksack auf, zumindest seh ich das bei mir du kannst ja diesen komischen knipping oder wie die heißt der normaler backpack ja dann musst du die rüstung tauschen oder nicht nein es geht nicht du musst erstmal unter controls das allererste den key setzen ach so open backpack oder was? ja und wenn du den gesetzt hast dann shift und die taste drücken und dann landest du da drin und dann kannst du dir den backpack reinziehen ach so steht da noch rücken? ja und ich seh das bei dir du bei mir nicht? mhm warte mal ne jetzt? mhm ist ja egal egal falsch da speaking out to match achso so wo wo haben wir stehen geblieben? achso ich wollte kartoffel stampfen es ist so aus ne? mhm aber ich seh keinen rucksack ok hast du einen ender punch hinten dran? also ich bin bei mir auch nicht also wenn ich so so selber gucke mit 50 selber auch nicht dann habe ich mein essen drin ist auch gar nicht schlecht du kannst das ja auch so machen dass du einfach eine sache rein machst in die leiste unten und dass er dann automatisch alles reinpackt das ist natürlich auch clever wie so ein müllrucksack ja oder wenn du er zusammen farmst na ja gut dass sie gleich da drin land ist ja eine query für nehmen ich mich immer noch fragen wo sie ist aber das ist ein anderes thema gott dann komm mit nein gott ich mach mir irgendwann eigene und mit portal ich war überlegen das mittelfeld hier rauszunehmen und dann den arzfalt hier durchzuziehen und das warum macht er nur ein weg raus oder macht da links und rechts gut dahinten dass die millionen meinst jetzt deswegen ja aber links und rechts sind doch melonen hier kommt er auch noch hin aber muss ja noch was hin ja also was ich was ich noch weiß ist dass mit kreativ hier komplett lavendelbäume komme ich kann die auch so züchten muss ich mal gucken dass ich die sitz hinkrieg komplett dass das nicht so komisch aussieht ja das wird noch umgezogen muss das generell anpassen noch ja es wird alles angepasst welche was denn das licht eigentlich an er scheint jetzt nicht an du fliegst auch selber kann ich dann schalten ja ganz ehrlich hier anschauen hier ist es ja an muss ja wieder normal wird man zu ganz anschauen weil die sind an ja die sind dann hat trotzdem noch zwei wieder gestellt ist sie in der ersten oder der zweiten da gab es nur das ich glaube hier gab es nur erst das tor ne ja hier gibt es nur das tor ich glaube da ist sogar erweiterung für hinten schon eher ist schon vor der heime sind auch viele drinnen hinter mir mhm das kerl war ja bin um zwei ins bette und dann bin ich für davor viel wieder wach geworden und konnt seitdem nicht mehr schlafen jackpot ja muss gerne was essen da oben steht sie die ist immer noch nicht fertig natürlich ist sie noch nicht fertig ja gut weil wer hier nicht wieder geladen hat deswegen das problem wenn ich bist oder wenn du nicht lädst oder so jetzt müsste sie eigentlich wieder laufen ja tut sie auch ach ich mach so wie ich schon mal oh mein gott gucken wie weit die überhaupt sie ist ist ja gar nicht übertrieben ne ne oh alter übertreibt einmal wie viele kisten sind denn hier wie viele muss sein aber auch höhe 16 wie sag ich gerade mal höhe 16 naja war sie vorher auch schon mal ich weiß wo hast du eigentlich die kapitätsbanking getan hinten bei dem ähm bei dem dieselmotor stand die doch nö ist er weg hä nein die ist da doch die ist da weg ich hab sie nicht weggenommen die sind beim dieselgenerator definitiv haben wir doch gestern ausgelockt mit hm hab ich mich doch da gestern ausgelockt gehabt war die da wo du dich eingeloggt hast als jemals oder was ne aber da war sie also nicht da eingeloggt ich guck gleich mal kann sein dass sie wieder weg ist weil wir die mutter genommen haben eigentlich nicht er ist ja drauf ja aber ich glaube das rezept war ein bisschen anders ne nein ne double lea waren immer ach lea waren immer drin ne hat wie viel dachen wir eigentlich drin haben ich hab grad schon das das lager muss halt echt mal fertig sein der basalt könnte schon in die waller rhein gepumpt werden Nö, da fährt mir genug Platz unten. Ja klar, aber da kann ja schon in die Wallachheide reingepumpt werden. Achso, meinst du? Mhm. Bist du hier immer noch oder bist du schon weg? Nö, ich bin hier immer noch. Ich guck gerade hier durch. Nö, da ist nichts großartiges Eigentum. Ja, außer Redstone. Ja gut. Wir müssen irgendwie auch mal machen, dass wir vielleicht mal eine Enderchest noch in die Schmelze unten machen. Warum? Die Ärzte gemacht werden. Wird noch pulverisiert. Na ja gut. Na gut, wir haben die eigentlich auch in die Schmelze reingesteckt, ne? Normalerweise. Ja, da musst du viele Schmelzen bauen. Ja. Du musst ja Schmelzen bauen, Lava haben und das automatisieren. Also guck mal, wie viel Platz eine Schmelze verbraucht. Ja. Ja. Plus das, was... noch ähm... Ja, da können wir auch pulver, weil es eigentlich schon liegen. Oh, läuft das so? Ist doch ähm... hier. Hä? Läuft da mit dem Ofen. Die sind doch... werden doch beheizt. Ohne Kohle. Ja. Weil ich meine ja auch zuerst eine jetzt mal... daran, dass man gleich ordentlich... vom Back reinstecken kann. Na gut, das ist... Kann man ja machen. Sente das hier. Aber dafür wollen wir erstmal wieder Ender pillen. Hehehe. Da ist nichts großer dienst drin. Ich hab das alles schon mal direkt gehört. Nee, Clay. Ach so. Clay wollte ich mitnehmen. Pischen. Wegen ähm... den Conduit-Beinland. Okay. Ja. Na dann. Wieder weg. Ja, ich guck grad, ob ich ein paar Clay-Blöcke finde. Ne. Leider nicht. Pff. Oh. Das wird wehtun. Na ja. Du brauchst ne Ender chest, die direkt einfach zum Lager kommt. Und von da aus alles sortieren kann. Ja, eigentlich haben wir da direkt angeschlossen. Wir haben ja auch angeschlossen, dass er halt das Crafted und dann gecrafted reinsteckt. Also Redstone und so. Mhm. Und Iron und alles, das... Das mehr Pitch spart. Ja, deswegen ja. So, mal gucken. Lager muss definitiv fertig werden. Kostet halt alles Material. Naja. 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 Dafür brauchst du halt als immer einiges, ne? Und die Conduits sind ja auch nicht gradig. Ne. Naja. Ja gut. Die Conduits meint Also meinte ich jetzt die... Zum herstellt die Conduits... Fluid Conduits und sowas. Es geht. Die Items Conduits! Na gut... Etems Conduits relativ... und das sind ja gut aber dafür kann man sich eigentlich eine farm bauen guck mich jetzt nicht so an ich jetzt fahren baue gerade jetzt fahren baue ich werde eine bauen das mit dem geld server ist halt für uns noch nicht aktuell aber die haben das schon was denn die haben da taum kraft und logistik oh mein gott willy nein vom kopf das ist natürlich wieder so ein gg ding besonderlich na gut in der berlin und gast jetzt gast hier sammeln naja sicher das ist halt einer der nur einmal hält die ist wirklich weg nee das ist der richtige die anderen die bank ist wirklich weg single use sind das die gleich weg sind also ich steht auf jeden fall nicht mehr da ja sag ich ja dann hol sie dir wieder du hast sie ja gebaut gehabt ist ja mal voll ah ah ich sag's ja warte mal ich schalte mir sonne mond und arschen hast nicht gesehen ein bisher mal voll habe ich ja gesagt ein nein nicht 64 stück schon mal klatsch 64 stück ja wenn du links die maske 64 stück ich weiß so schalte den scheiß motor an mann was krachen das ding insert gib ihm äh guck mal mit hatte oh die läd wo ich bin oder wo ich fahr boah diese strecke hier warum äh nö nö auf dem berg wo ich was bauen wollte das ist mir auch scheißegal ganz ehrlich wo soll ich das lass mich gerade in botania habe ich schon lange gesagt botania jaja doch nicht hier auf dem berg das ist nur ein weg hier hoch das geht da rüber und hinten irgendwo mache ich dann höher und dann fängt die da musst du aber eine schöne brücke bauen ne ja nicht nur einen geraden weg halt die fresse nein ja nö das ist ja landschaftsvergewaltigung landschaftsvergewaltigung ich habe hier diesen wasserfall oder die zwei die hier sind habe ich mit reingemacht das sollte ja das war ja der plan hierfür und da war nicht hier war nicht so viel wasser drin ne weißt du was da eigentlich was da reinkommt ne warum auch der berg ohne wasser noch war deswegen die wasserfälle stören mich ja gar nicht da sollten unendlich viele wasserräder rein das hast du gehindert ey nein ach das sollten das von außen ein paar sichtbar sind und von innen noch mehr sind das sollten das sollte kommen du sollst den back nicht vor uns steilen nein innerlich den back vor uns steilen äußerlich nicht ne äußerlich sind dann drei wind drei räder dafür mhm wer es glaubt oh ich kann sie wieder abschalten hier bei dir weiß man ja nie alter dieser er ist ja so übelst gepowert dieser generator ne ist ja ekelhaft weißt du dass er so ordentlich ins drauf hat lalalalalalalala und vor allem so ein nicht nur ein geraden weg der sollte doch nicht gerade bleiben oder so eine gerade brücke das weiß ich nicht